da bin ich wieder willkommen zurück zu bariowaremovie ich habe mir zwei tage zeit gelassen um hier wieder aufzunehmen also gestern habe ich nicht aufgenommen weil ich glaube hier ein kleines bisschen ruhe reingebracht zu bekommen könnte vielleicht ein bisschen helfen da ich ja letzt mal wieder nicht die 30 bei der bunten mischung erreicht habe lasst mich mal ganz kurz gucken ob war das stimmt ja okay stimmt ich muss immer prüfen weil der ton ja mal geknackt hat und komisch war danke übrigens für den kommentar dafür nochmal deswegen prüfe ich immer noch mal ob das alles jetzt klappt wollen wir uns erstmal mit krieg den mantis ein kleines bisschen aufwärmen um natürlich wieder an die bunten mischung zu gehen und hoffentlich heute mal die 30 zu erreichen es wäre so schön naja ja also ich glaube ich glaube wirklich man muss hier einfach sich sich zeit lassen um um halt einfach viel geübt zu haben klar einerseits habe ich immer gesagt am besten muss mich spielt man eben fünf stunden am stück und dann hat man die ganzen dinge hier raus ja ich bin schnell umgefahren ich kann das nicht ich bin doch ein ich kann doch nicht so lange oben bleiben andererseits ist es genau das was ich jetzt gerade gezeigt habe dass man hier einfach auch körperlich vielleicht einfach ein bisschen schlecht ist in diesem falle war es das beste beispiel körperlich schlecht also ja mein popo aber ich glaube auch heute wird es was ganz ganz ehrlich heute wird es was wirklich mit der 30 also und dann klatschen nicht vergessen aber könnt ihr das überhaupt noch sehen was ich hier mache ach so oben ich dachte da unten gewesen könnt ihr das überhaupt noch akzeptieren was ich hier mache ist doch eigentlich total schlecht ne äh servieren oh und ich hätte aufmachen müssen das habe ich gar nicht gemacht ok glück gehabt das kann ich auch noch nicht ach 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 der macht zweimal ich dachte eben ich dachte ich muss ihnen direkt nachmachen das åtte ich auch noch nicht das spiel ich dachte ich muss ihnen direkt nach machen ok das war mein fehler noch jetzt war und nicht mehr um kippen so guck mal das war doch nicht so schwer kommt den boss müssen wir noch schaffen das leben zurück auch mathe im kopf sport und mathe also sport und mathe das verträgt sich nicht meiner meinung nach krokodil manche spiele kenne ich jetzt schon in und auswendig die game easy ab wenn wir neue spiele dazu kommt dann habe ich halt probleme also gerade noch so wahrscheinlich muss man hier wirklich sich zeit lassen sondern wirklich aber ich mache es immer mal schnell weil ich glaube wenn ich das jetzt so privat machen würde würde ich auch schnell agieren auch das ding aber das habe ich schon mal verkackt und nein ach so andersrum oh shit ach ich habe ich hätte andersrum halten müssen ah mist das war jetzt mein fehler und ich wusste gar nicht dass man dass man das quasi dann jetzt deswegen pausiert das spiel guck jetzt auch wieder jetzt war ich zu voreilig und dann hat das spiel sich pausiert freischneiden äh nicht zu voreilig also da noch ja geschafft gerade so ja und ich kriege wieder leben zurück yes super ok komm jetzt wird es was an die kohle brauche noch genau kung fu ok das verstehe ich schön halten das verstehe ich die pose endlich mal eine positive stehe die anderen immer so ja das ist der schmetterling schmetterlings netz war es glaube ich ne habe ich nie verstanden so neue level neuer rekord auf jeden fall krokodil krokodil ach so ich dachte dann kommt jetzt das krokodil zu pressen dass die pose als krokodil ja ich bin wieder warum tut ihr euch das eigentlich noch an ich habe extra ich habe extra geguckt das hätte eigentlich reichen müssen die kam viel zu schnell wieder zurück die kam viel zu schnell wieder zurück das hätte eigentlich reichen müssen ich sag's euch wie schnell so schnell so schnell das ist ein eis mit waffelröllchen ich wusste nie dass man mit seinem arsch ein eis mit waffelröllchen machen kann das war glück ich habe nämlich tatsächlich das kannte ich nicht und ich wusste nicht auf was ich achten muss das kann das war ein neues spiel ich wusste nicht auf was ich achten muss alter war das glück ah ja gewonnen ja ich kriege heute ist mein lauf leute ich sag's euch ja heute ist mein lauf gib mir mehr fische zwischen den beinen da riecht es eh schon danach was achso oh 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 nächstes level ja ich schaff das ich schaff das heute bin ich gut die spannung steigt ach genau der scheiß maulwurf hat den überhaupt jemand eingeladen ist es ein normaler spieler darf das achso und hoch ja seht ihr leute heute ist mein spiel heute ist meine runde ich werde es richtig krass schaffen achso da hat man aber echt viel zeit für das ding ok ich kriege hin yes komm jetzt schaff ich die 30 komm die 30 muss sein achso nein 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 hä ja aber was ich war doch schon da hinten wo soll ich denn sonst soll ich mich rumdrehen das bringt doch nix ja ok 28 aber immerhin es ist eine gute aufwärmrunde gewesen es waren neue spiele dabei das interessiert mich jetzt gerade tatsächlich mal ob wir tatsächlich jetzt hier alle spiele gesehen haben ne aber immer noch nicht das war jetzt äh cricket und mantis eins fehlt uns noch tatsächlich ein einziges ok interessant ok gut aber darum geht es ja jetzt nicht wir wollen uns wieder der herausforderung stellen die 30 zu erreichen bei unserer bunten mischung dem horror modus den ich nicht mag so ja und ihr habt richtig in den kommentaren ach komm jetzt kommt er vielleicht achso ihr habt richtig in den kommentaren festgestellt auf einmal kam dort doch nicht mehr der Hahn jetzt habe ich mich drauf vorbereitet und der Hahn kam dann nicht mehr der hat noch eine Hose angehabt haben die nicht sonst immer ihre Arschbacken gezeigt ich möchte die Arschbacken sehen das motiviert mich immer bing dankeschön endlich haben wir was gut gemacht vom Spiel ja mehr Hintern Action jetzt noch die Kuh alles für den Arsch ja war das eigentlich Mario ist das ein Spiel von Mario 64 ich kenne das gar nicht ich glaube ich kannte das gar nicht oder ein anderes Mario ihr könnt ihr meine Kommentare schreiben wenn das wisst ich weiß es tatsächlich nicht heute wird es was Leute ich habe es im Gefühl ich habe es im Gefühl äh so nimm das heute wird es was ich habe auch schon überlegt ob ich den Part überhaupt hochlade was ich habe gedrückt ihr habt es gesehen es ging nicht ich habe ich habe wirklich so gemacht ich habe überlegt ob ich den Part überhaupt hochladen wenn ich heute nicht es nicht schaffen sollte die 30 zu erreichen weil es ja irgendwann peinlich wenn man die ganze Zeit immer nur verliert Ok nächstes Mal denken wir dran die Glocke bimmeln damit man die Maus retten kann im nächsten Level Ah falscher Arm ich habe ich habe nicht nachgedacht Nächster Level Es ist immer das gleiche ne ich fühle mich so sicher und dann kommen die Fails Ja diesmal habe ich ganz ganz schnell rüber gezogen wenn ich nicht wieder den Eisblock da raus hole ich lerne dazu Oh nein der Hahn Ja Jetzt habe ich wieder nicht nachgedacht Jetzt einmal kommt der Hahn und ich denke wieder nicht nach weißt du Ich labere die ganze Zeit von Oh jetzt kommt der Hahn komm ich kann nicht jetzt ne Wäre von wegen Aber ich gebe nicht auf Auch wenn wir jetzt die 30 Jahre rein beim nächsten Versuch würden Ich sag's euch Hauptsache erstmal was für die Arme machen damit man nochmal durchdreht Ähm Was hat er? Nein Och Ich habe nicht nachgedacht Wie kann man denn so schnell Schere, Stein, Papier im Kopf machen? Das geht doch gar nicht Man kann nicht so schnell Schere, Stein, Papier im Kopf, Mann Oh Gott Ich will noch mal den Hahn Ich will beweisen, dass ich es jetzt verstanden habe Ja komm Erst zusammen und dann die Hocke gehen wahrscheinlich Oder halt hochziehen Hauptsache Geht doch Ja eben Geht doch Ah, in die Kommentaren stand auch darüber Mega viel Pfeffer im Essen Ist auch gar nicht so ungesund Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das gesund ist Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass das soviel Also bei Salz weiß ich ist Leute Nicht zu viel Salz bei euch im Essen machen Zu viel Salz ist ungesund Und das stimmt wirklich Das sagen alle Ernährungsexperten zu viel seites und bei pfeffer weiß ich nicht genau da kann ich nur mutmaßen aber zuviel wo muss ich denn dahin hier fast die grünschen umgeschmissen ach so ach stimmt dann muss einfach nur die die in den dienst nehmen das habe ich auch nur einmal ich sage nicht wie ich das finde ich sage nicht wie ich das finde bis gedauert aktuell ja okay aber das mit dem anderen ring ich glaube da muss ich nach vorne das habe ich glaube ich auch noch nicht gecheckt wir schaffen das wir schaffen dass wir können wir das schaffen hatten wir es auch schon ich glaube schon sie gut aus sogar das spiel sagte sie gut aus dankeschön spiel habe ich mir den falschen hat die falsche hand genommen ach so das wurde übrigens auch in den kommentaren genannt dass ich manchmal beim bogen schießen die falsche die falschen arm nach vorne mache und so das ist aber auch immer im eifer des gefächtes gefächt es geht halt zu schnell ich verstehe den hahn einfach nicht ich weiß nicht ganz genau in welche richtung ich gehen muss man hör auf anzutäuschen du scheißidiot ernsthaft dieser kackvollidiot von der herrchen machst doch gleich richtig ohne witz was das für ein scheiße hau ab holen ist so meine ich werde aggressiv bei so war weil dafür kann ich nichts weil der arsch ist aber da stand doch jetzt ich muss jetzt mal ganz kurz gucken wir machen das jetzt gleich weiter damit ich nicht schon wieder diese leichtsinns fehler mache gerade habe ich ja noch darüber gesprochen über meine fehler bei dem movement beim bogenschießen jetzt zum beispiel halten hier guck mal wir haben hier die behaltung genau linker arm nach vorne und rechter nach hinten oder genau das mache ich immer falsch ich denke ich denke immer so rum und deswegen habe ich dir manchmal manchmal den fehler gemacht deswegen auch mit dem bogenschießen da hast du mir auch gerade gesagt also du kommentarschreiber hast mir gesagt dass ich das immer falsch machen genau genau ja und das kann wirklich manchmal das problem sein aber das ist im eifer des gefächtes da musst du weißt halt manchmal nicht genau wie du das machen musst ich mach das jetzt einfach nochmal nur um es mal geübt zu haben oh shit aber das ist aber sauschwer alter okay die stufe ist mega schwer wie willst du denn da die zeit geht ja auch weg so aber wir wollten es nur mal kurz geprüft haben damit ich nicht wieder gleichen fehler mache ich versuche mich wieder an der 30 und hoffe dass irgendwann einmal endlich mal klappe dieser scheiß hart und dieser scheiß hundebesitzer nicht mehr kommen doch wir geben wir geben nicht auf nie und nimmer warum nimmt man so viel zeug in der jackentasche mit wenn man flughafen was bringt das alles typisch das würde ich nicht essen wollte ich würde sich ein bisschen debri aus sie ist ja nur schwanz weder nicht landen bei dem anderen muss man landen habe ich doch gemacht was willst du von mir okay das verstehe ich nicht das verstehe ich wirklich ich hab's doch so was soll ich denn sonst machen soll es ist doch nicht was neues erfinden oder wie ja aber ohne schwank also bitte da müsst ihr mir jetzt wirklich recht geben das war jetzt wirklich nicht mein fehler es sei denn ich habe jetzt wieder auf die schnelle nichts erkannt ja mache ich ja das kriege ich mir dabei auch ziemlich gut hin ich lade den part einfach nicht hoch wenn die 30 erreichen so ist es leute ich lade es nicht mehr hoch ich habe den start voll das müsst ihr nicht mehr sehen es tut mir leid dass ich das angucken möchte ich gehe doch mal wirklich mit dem körper so richtig mit 3 drin lassen ah mann ja wenn die so schnell runterkuller da kann ich nur nix für 3 drin lassen einer reicht doch auch wirst du nur fett wobei von pilzen wird man glaube ich nicht so fett ne ich weiß nicht liebe vegetarier da draußen ich glaube das gehört zu den kalorienärmsten sachen mann ich bin schon wieder so demotiviert ich bin schon wieder so demotiviert ich hab nur noch zwei leben und wir sind noch immer im level 1 mann ich demotiviere mich selber aber es wird immer schwieriger sich zu motivieren wirklich oh siehste kurbel und heben oh yeah diesmal was richtig weil ich die jetzt drauf geachtet habe mit dem arm diesmal was richtig die gabel mit spagetti drauf und das denn fallen lassen ok es wird wirklich immer schwieriger sich zu motivieren weil es halt irgendwie man kommt nicht vorrat man kommt irgendwie nicht vorrat es fühlt sich einfach nicht richtig an das wieder auf den schatten achten auf den schatten achten genau diesmal ein bisschen nach vorne diesmal habe ich auch dazu gelernt auf den schatten achten leute hände hoch yes nice ok 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 oh god nein 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 oh mein hä mit einer kralle hättest du dich doch festhalten können also das reicht das hatte ich leider auch nur einmal bisher das spiel willst du mich verarschen es ist doch es ist frustrierend leute es ist einfach nur frustrierend dieses spiel macht mich fertig ich glaube ich glaube es gibt kein spiel das ich dieses jahr ich erinnere mich an fallgeist wo ich mich wirklich so in rage geschrien habe weil ich teilweise so unfaire sachen oder mario kart ja da kriegen wir auch immer solche aggressionsprobleme aber bei diesem spiel das macht große konkurrenz zu den anderen aggressionsspielen die ich bisher gespielt habe schwärmerei abkühlen haaa ich würde mich gerne auch abkühlen also danach muss ich mich wirklich abkühlen nach dieser ganzen schose prozedur hier oh gott der friert gebt ihm doch ein ein handtuch verstanden wegen hand achso so jetzt ja das zählt das ist in der zeit auch manchmal echt ein bisschen knapp da ist die zeit wirklich knapp weil wir auch präzisieren müssen achso nein ah ok einfach zugreifen ich wollte die hand wegziehen aber einfach zugreifen ja die spiele die man nicht so oft spielen ne hier gibt es keine ausrede wenn ich das verkacke bin ich du das haben wir schon so oft gehabt so oh das war auch wieder knapp die arme hexe supermodel okay ja also mittlerweile muss es eigentlich bis 15 also wenn wir bis 15 nicht alle lebens behalten nicht alle leben behalten dann könnte man eigentlich gerade von vorne anfangen ich bin schon fast soweit weil es wirklich die ersten level die müssen jetzt mittlerweile echt sitzen okay okay gut war das emilia erhard ist sie doch wieder da ja zusammenstoßen nein 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 oh manchmal sind die voll schnell sind pinguiden speed hier also ok 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 ja nice ok so leute nächstes level alle leben wir erhoffen das beste wir wissen aber nicht was passiert ok das ist ganz ok wenn man sich ein bisschen mehr verrenkt genau und einen schönen bauch zeigt also einen schönen bauch ist nicht ne schönen bauch zeigt ok ok sehr gut Leute jetzt konzentration es geht um alles oder nichts achso einfach auseinander ziehen achso achso und nein 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 oh 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 achso huu 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 ich hab schon wieder den arm verwechselt glaube ich ok nicht möglich leute 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 ich habe angst ich habe wirklich Angst achso sag mal hey stimmt ok massage ok jetzt hab ich aber jetzt hab ich tatsächlich spielglück gerade jetzt kamen gerade echt gute spiele servieren also alter Ja, ich habe spiel glück ich habe spiel glück Gott Ich krieg ein orgasmus hier also Und da auch richtig schön mit den armen mitgehen sonst zählt es nämlich nicht habe ich auch schon gemerkt Ja, nein wir schaffen es die kürze gar nicht mehr verkacken weil ich noch so viele leben habe leute Ja Weißt du wann der weggegangen ist das kann ich doch vorher nicht riechen Ja jetzt jetzt aber spiel pech aber wir haben es geschafft Was doch der in der mitte die sahen alle gleich aus ist das was ist das nicht sagen Es wirkt mich bitte nicht mehr als 30 erreichen zu müssen ich glaube das kriege ich nicht hin zumindest in die jetzigen stadt nicht Ja, aber das das habe ich jetzt wirklich verdient deshalb konfetti habe ich mir jetzt wirklich verdient nach der prozedur hier das haben wir wirklich verdient Bogenschütze Okay, warte also Ich wollte mit wandel spielen ich wollte mit dem einen den anderen anditschen hätte das nicht geklappt auch was ist das für komisches spiel Scheiß drauf ich habe die 30 erreicht Es gibt einen neuen modus super schwierig Das gucken wir uns dann das nächste mal an okay ich glaube ich muss kurz kotzen gehen